Liebe Zuschauer, wieder ist so einiges passiert in der vergangenen Woche, über das wir euch berichten möchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DRZ News. Richard Prinz zu sein Wittgenstein Berleburg verstarb am 13. März überraschend in seinem Schloss in Berleburg in Nordrhein-Westfalen. Er wurde 82 Jahre alt. 1968 heiratete der Förderer des Wiesentprojektes die Kronschwesterprinzessin Benedikte von Dänemark. Er hinterlässt drei Kinder, Prinz Gustav, Prinzessin Alexandra und Prinzessin Nathalie. Der Prinz bewirtschaftete 13.000 Hektar Wald. 2013 wurden dort die ersten Wiesente in die Freiheit entlassen. Ein in Westeuropa einzigartiges Artenschutzprojekt zur Wiederansiedlung der Wiesente. Am Montag vergangener Woche entdeckte ein Förster im Wald südlich der Ortslage Ruppichter Rotberg in Nordrhein-Westfalen drei Männer, die mit ihren Cross-Motorrädern im Wald unterwegs waren. Die Maschinen hatten keine amtlichen Kennzeichen. Der Förster folgte ihnen und hielt einen an einer Engstelle an der Landstraße 86 in der Nähe des Forsthauses an. Nachdem ihm der Kradfahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte, flüchtete er. Dem Förster gelang es dem jungen Mann, seinen Rucksack zu entreißen und ihn der Polizei zu übergeben. Die Gesichtsverletzungen wurden ärztlich behandelt. Als die Polizisten den Tatort untersuchten, war zufällig auch der Täter vor Ort, der offenbar nach seinem Rucksack Ausschau hielt. Der 24-Jährige wurde befragt und gestand die Tat. Er muss nun wegen gefährlicher Körperverletzung gerade stehen. Peter Haug, Minister für ländlichen Raum- und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, verlangt eine stärkere Bejagung des Kormorans. Vor allem am Bodensee, aber auch an anderen Gewässern sei die Population der Kormorane so hoch, dass sie Fischarten wie Esche und Bachforelle bedrohen. Die bisherigen Abschusszeiten reichen nicht aus, um das Problem in den Griff zu bekommen, wie Welt.de berichtet. Gerade in Natur- und EU-Schutzgebieten wird die Bejagung schwierig, doch genau dort kommt der Kormoran vor. Das Thema Wolf birgt weiter Probleme. Der niedersächsische Landtag hat nun einen Sieben-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Umgang mit dem Wolf vorgelegt. Mit den zunehmenden Übergriffen auch auf ausgewachsene Rinder ist eine Bedrohungsschwelle erreicht. Die Populationsentwicklung des Wolfes darf auch aus Tierschutzgründen nicht dazu führen, dass Weidetiere zukünftig vermehrt in Ställen gehalten und Wildtiere von ihren natürlichen Äsungsflächen ausgesperrt werden. Aktuell befinden sich in Niedersachsen etwa 80 Wölfe. Experten rechnen mit einer Steigerungsrate von 30 Prozent pro Jahr. Somit ist eine Regulierung der Wolfspopulation unausweichlich. Um den betroffenen Weidetierhaltern zu helfen und die Akzeptanz für den Wolf im ländlichen Raum zu fördern, muss mit Problemwölfen konsequent umgegangen werden. Die seit zwei Jahren angekündigte und bislang nicht erledigte Überarbeitung des Managementplans müsse umgehend erfolgen. Gestern Morgen war im Bereich des Stadtwäldchens in Dortmund ein Nilganspärchen mit ihrem Nachwuchs unterwegs. Verkehrsregeln hielten sie dabei nicht ein. Ein Mann meldete die ungewünschten Verkehrsteilnehmer gegen 9.40 Uhr bei der Polizei. Bis diese eintraf, hielte man die Gänse davon ab, weiter den Verkehr im Bereich der Landgrafenstraße Ecke Friedenstraße zu behindern. Die eintreffenden Beamten hatten die jungen Gänse schnell eingefangen. Doch Fraugans waren damit nicht einverstanden und widersetzte sich den Polizisten ebenso wie Papaganta. Letztlich gelang es der Polizei doch, die gesamte Familie zu bändigen und sie an einem Teich auszusetzen, wo weniger Verkehr herrscht. So endete der Stadtbummel für die Ganzfamilie ohne Verletzungen. Wir setzen uns nun wieder zurück an den Schreibtisch und nicht vergessen, wer zum Jägersilvester möchte und noch keine Karten hat, sollte noch schnell auf unsere DAZ-Facebook-Seite gehen und beim Gewinnspiel mitmachen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch immer am Ball bleiben wollt, dann könnt ihr hier unter mir abonnieren.